Oh, hast du das Reaper-Sturmgewehr gefunden? Warum hast du vorne noch so komisch abgefressen? Wird ja vorne noch so eine... Oh! Woah! Hast du da nicht einfach jemand die Luft anhalten? Irgendwie... Das braucht richtig Skill zum snipen. Du kannst die Luft nicht anhalten. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, das ist ein Shotgun-Kill. 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 Die Normandie, ein Human-Allianz-Vessel. Es war unter dem Kommand von Captain Anderson. Sie haben geschafft, die Kolonie zu retten. Und den Beacon? Ein von den Humans hat ihn benutzt. Oh mein Gott, der ist ganz gut. Ich fuhre die Spass. Aus Böde! Shit. Das ist ein übeler Kater. Wie lange war ich aus? Über 15 Stunden. Da hat etwas mit dem Beacon passiert. Das ist ein Scherpfer. So ein Scherpfer. Du hattest mich aus der Weg. Du hattest keinen Weg zu wissen, was passieren würde. Wir wissen nicht, ob das das aufbaut. Wir haben nicht die Chance zu finden. Das Beacon zerbaut. Systeme overload, vielleicht. Das Blast machte dich frisch. Der Liebten und ich haben dich hier zurückgebracht. Ich mag es. Physikalisch, du bist gut. Aber ich habe ein paar... Das Blast nicht. 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 Es wird gut sein. Schön, zu hören. Shepherd, ich muss mit dir sprechen. In private. Aye, Aye, Kapitän. Ich werde in der Masse, wenn du mich brauchst. Das Beacon hat dich ziemlich hart, Kommander. Hast du sicher, dass du okay bist? Ich mag nicht die Soldaten, die unter meiner Kommandung sterben. Jenkins war nicht deine Schuld. Du hast gut gemacht, Shepherd. Schiff, Williams ist nicht Teil der Normandie. Ich habe gedacht, dass wir einen Soldaten wie sie nutzen können. Sie hat sich wieder auf die Normandie gezwungen. Williams ist ein guter Soldaten. Sie hat es verdient. Lieutenant Elenko agrees mit dir. Deswegen habe ich sie in unsere Kommandung. Die Ente hat den Ball, Sir. Wir hatten keine Ahnung, was wir in die Nähe. Das ist warum die Dinge in die Hölle sind. Die Geth haben nicht außerhalb der Vail in zwei Jahren, Kommander. Niemand hätte das erwähnt. Du sagst, dass du mich brauchst in private, Kapitän. Ich werde dir nicht lieb, Shepherd. Die Dinge sind schlecht. Nihilis ist tot. Der Beacon wurde verletzt, und Geth haben sie verletzt. Der Kommandung wird die Antwort geben. Ich habe nichts falsch gemacht, Kapitän. Ich hoffe, der Kommandung kann das sehen. Ich stehe hinter dir und dein Report, Shepard. Du bist ein verdammter Heroin in meinen Büchern. Das ist nicht warum ich hier bin. Es ist Saren. Der andere Turian. Saren ist ein Spektrum. Einer der Beste. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geth arbeitet, bedeutet das, dass er rog ist. Ein rog Spektrum. Saren ist gefährlich. Und er liebt Menschen. Saren ist gefährlich. Spectrum kann ja auch rufen. Nicht nur die Vision Agents. Haha! Saren ist gefährlich. Saren hat sich mit den Geth zusammengezogen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nur, dass es etwas zu tun hat. Was ist das überhaupt? Ich weiß nicht, wie und wo es ist. Und warum. Sie sehen, ob es etwas mehr, wie wir uns wissen, was Saren ist? Bevor ich meine Bewusstseinschaft habe, hatte ich eine Art Sicht. Eine Sicht? Eine Sicht von was? Ich habe die Synthetik. Geth vielleicht. Schlauern die Leute. Sie sie mitzurem. Wir brauchen das an den Konsul, Shephard. Was werden wir ihm sagen? Ich hatte ein schlechtes Traum? Wir wissen nicht, welche Informationen in diesem Beacon gab es. Die Prothean-Technologie verloren? Blüte für einiger Wettbewerb von mass-destruction? Whatever es war. Saren hat es genommen. Aber ich weiß Saren. Ich weiß seine Reputation, seine Politikerin. Er glaubt, dass Menschen eine Blight auf der Galaxie sind. Dieser Angriff war eine Art von Krieg. Er hat die Gefühle aus dem Beacon. Er hat eine Armee von Geth in seiner Hand. Und er wird nicht aufhörter, bis er die Menschheit aus der Galaxie entfernt hat. Ich finde einen Weg, den ihn runter. Es ist nicht so einfach. Er ist ein Specter.